Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Volksmarktausblick für den Tag. Willkommen in der neuen Handelswoche. Wir starten natürlich wie immer mit dem Wirtschaftsgeländer, schauen uns an, was gab es am Wochenende für Zahlen beziehungsweise was interessiert uns heute. Am Wochenende war es relativ ruhig. Das Einzige, was uns heute beispielsweise in der Nacht interessiert hat, das waren hier die Zahlen aus China. Das heißt in der Nacht, im frühen Morgen könnte man es auch bezeichnen, hier die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsetze aus China. Die Einzelhandelsumsetze hier leicht gesunken auf 10% und die Industrieproduktion leicht gestiegen, also lauter Prognose hier auf 6%. Aber wir müssen hier ganz klar festhalten, die Einzelhandelsumsetze zwar ein wenig gesunken, aber dieses 0,1%-Pünktchen, das macht nicht viel aus. Zweite Sache, der chinesische Einzelhandel ist eher zu vernachlässigen, denn wir haben nicht wirklich eine stark ausgeprägte Binnenwirtschaft in China, wie in den USA beispielsweise. Und die Industrieproduktion hier zwar eine grüne Zahl, besser ist die Prognose, aber gleichbleibend zum letzten Mal. Das heißt, wir sind noch ein bisschen auf der Richtungssuche und das schlägt sich auch aktuell im DAX nieder beziehungsweise in den Indizes. Deshalb schauen wir uns gleich mal an, was es im Deutschen Leitindex für interessante Kurslevel gibt, auf die wir heute achten müssen. Das war es dann auch von fundamentaler Seite für den Montag. Wir schauen bloß nochmal in die Nacht zu morgen. Hier einige Zahlen aus Australien, die Inflationserwartung, der Immobilienpreisindex und das Unternehmensvertrauen. Lebensmittelindex, ja, das sind aber alles Zahlen, die etwas zu vernachlässigen sind. Ich denke, wir werden morgen viel im Dienstags-Live-Webinar um 19.30 Uhr klären können. Heute eher fundamental untergeordnet. So, der Blick in den DAX. Wir sind hier auf Wochenebene. Er macht, was er machen soll. Wir hatten ja bis jetzt sehr, sehr viel Glück. Unsere Prognosen bezüglich der Short-Oder sind sehr, sehr schön aufgegangen, auch mittel- bis langfristig. Wir hatten es ja damals hier, als alle hier noch von 20.000 Punkten geträumt haben, da ist er ja hier schon in die Korrektur übergegangen. Also Griechenland-Thematik hier um die Zeit, letztes Jahr im Sommer oder im Frühsommer. Und letztendlich ist er hier wieder unter diese markante, aufwärtsgerichtete Trendlinie durchgefallen. Was haben wir gemacht? Wir haben sehr, sehr lange auf diesen Retest gewartet, dieser Trendlinie, der dann auch gekommen ist. In diesem Zuge natürlich auch, oder im Zuge dessen, dass die Pufferzone zwischen dem 61.8er und diesen 70er Retracements getestet, sehr, sehr erfolgreich getestet. Der Kurs hat drunter geschlossen und demnach entstand hier eine sehr, sehr schöne Positionierungsmöglichkeit. Übrigens hier zu beachten, dass unsere Pufferzone zwischen dem 61.8er und den 70er Retracements immer wieder eine gewisse Rolle gespielt hat. Auch hier bei der ersten Abwärtsphase, der Kurs kam wieder hoch am 61.8er Retracements stabilisiert. Das zweite hatten wir uns gerade angeschaut. Moment, ich zeichne es nochmal ein. So, auch wieder diese Pufferzone erwischt. Jetzt ganz frisch, kann man noch so sagen. Hier die letzte Abwärtstrendphase, diese Korrekturphase seit Ende November 2015. Auch wunderschön getestet am 61.8er Retracements im Zusammenhang mit dieser markanten, aufwärtsgerichteten Trendlinie, die wir hier auf Basis dieser Tiefs hochprojiziert haben. Das Ganze auch bereits getestet, ein zweites Mal am 61.8er Retracements. Und jetzt geht es hier weiter in Richtung Süden. Demnach bleiben wir hier bei der bearischen Prognose, die letztendlich bis zum Gap Close erst einmal bei knapp unter 9.000 Punkte führen soll. Im H4, im Daily Chart sieht man es sehr schön. Schauen wir es gleich nochmal an. Dort warten wir noch auf den Gap Close, dieses noch letzten, noch offenen Gaps auf der Südseite. Und dann werden wir weitersehen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir dann noch einmal sehr bullische Impulse bekommen, die letztendlich vielleicht nochmal zu einem Retest dieser aufwärtsgerichteten Trendlinie und der Unterseite dieser großen Formation führen sollten. Hier bei ungefähr 10.600 Punkte. Das wäre nochmal ein schönes Highlight, sich hier dann noch einmal short einzuklinken und das Ganze dann hier in Richtung Süden zu traden. Denn auf der bearischen Seite habe ich noch viel vor mit dem DAX. Wir haben ja schlicht und ergreifend hier einen bullischen Fehlausbruch aus dieser Formation gesehen oder beziehungsweise aus dieser bullischen Trendphase und demnach lege ich hier einfach mal die Projektionshöhe auf das Ausbruchslevel an und wenn wir uns mal das FIBO Retracement einzeichnen, da sehen wir schon, dass wir dann sehr, sehr deutlich in das 76.4, 78.6 Retracement fallen. Also die sehr langfristige Prognose für den DAX sehe ich hier bei ca. 6.700 Punkten und ja, das möchte man natürlich nicht gern darauf verzichten, das zu traden beziehungsweise diese Abwärtsphase zu handeln. Ich muss es nochmal ganz genau einzeichnen. So, da sehen wir nämlich schon, dass wir es schon einmal mit dem 50er Retracement zu tun hatten. Die nächste Stufe wäre logischerweise erst einmal das 61.8 Retracement. Und da bin ich gespannt, wie das Ganze läuft. Ja, ob wir hier nach dem Gap Close, wenn er denn dann kommt, direkt durchfallen auf das 61.8, respektive ungefähr auf 7.800 Punkte zurück oder Option 2 oder Szenario 2, dass wir uns hier erst einmal stabilisieren, hier noch einmal auf dieses Key Level hochlaufen und dann erst in die Korrektur übergehen. Das heißt, wir würden möglicherweise nochmal über den Sommer bis in den Spätherbst hinein eine schöne Rallye sehen und dann die nächste Korrektur. Bin ich mal, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier verläuft. Aber das ist ja jetzt die langfristige, bis sehr langfristige Prognose, nützt uns im aktuellen Fall natürlich herzlich wenig. Deswegen schauen wir uns mal den Daily Chart an. Was ist hier passiert? Nun ja, wir haben den markanten, aufwärtsgerechneten Trendkanal, der sich letztendlich in dieser Form verdeutlicht hat. Das ist ja nicht immer ganz einfach, wenn man Formationen oder Kanälen folgt, die auf Basis von diagonalen Trendlinien verlaufen. Denn diese können sich immer mal wieder ein bisschen verschieben, aufgrund dieses Spikes, dieses Spikes, dieses Spikes. Ja, das ist immer nicht ganz einfach. Aber letztendlich hat sich diese Form hier durchgesetzt. Der Kurs ist wunderbar ausgebrochen. Anfang Mai hat das Ganze dann bis zur Pufferzone und diesem horizontalen Widerstand bei 10.100 Punkten getestet. Ist dann wieder raus. Nochmal gescheitert am Ausbruchstief. Letztendlich noch einmal einen Retest absolviert. Mit ca. 10.370 Punkten hier auch wieder gescheitert am Widerstand und ist dann letztendlich hier mit dem heutigen Gap über das Wochenende unter das Ausbruchstief geklitten. Soll bedeuten, dass wir hier weitere bearische Impulse erwarten. Auch hier wieder ganz deutlich der Hinweis, dass FIBO Retracement der Kurs ist wieder mal innerhalb unserer Pufferzone gescheitert. Also zwischen dem 61,8er, 76,4er, 78,6er. Hier ein schönes Key-Level. Kurs ist runter. Das Ganze nochmal bestätigt. Und rutscht jetzt hier weiter in Richtung Süden. Das heißt also, und wir sehen es hier schon, dass sich ein sehr, sehr schönes Key-Level entwickelt hat oder ein mögliches Key-Level. Hier bei ca. 9.850, vielleicht noch 9.860 Punkte. Hier dieser Kursbereich sehr, sehr interessant. Was wird er heute hier machen? Oder zu Beginn der Woche. Scheitern die Bullen an diesem Punkt. Gap Close gelingt, Bullen scheitern. Dann sehe ich hier sehr, sehr großes Abwärtspotenzial. Eine schöne Möglichkeit, um sich hier einzuklinken. Erst einmal bis ca. 9.080 Punkte, um dann letztendlich das Gap zu schließen. Hier knapp unterhalb von 9.000 Punkten. Es wäre auch, falls sich diese kleine Dreiecksformation, die wir hier sehen, durchsetzt, dann bestätigt sich das natürlich auch mit der Projektionshöhe, Projektionshöhe, das eben genannte Kursziel. Ich muss sie bloß erwischen. So, da sehen wir es schon. Und wenn wir uns jetzt auch mal den Trendkanal anschauen und von diesem Trendkanal die Projektionshöhe anlegen, auf den Ausbruch, da sehen wir, dass sich das sehr, sehr gut überschneidet, auf diesem Niveau. So, und jetzt schauen wir uns auch natürlich das FIBO Retracement an, diese Aufwärtsbewegung. Und siehe da, der Kurs fällt wieder in unsere Pufferzone zwischen dem 61.8. und dem 76.4. 78.6. Retracement. Der Gap close dann auf dieser Südseite wahrscheinlich auf Spike-Basis. Und wenn wir dann oberhalb dieses Bereichs hier schließen, dann, wie gesagt, sehe ich gute Chancen, dass wir nochmal eine schöne Rallye sehen. Falls wir hier deutlich drunter schließen, dann wird es natürlich sehr, sehr, sehr haarig. Beziehungsweise wird es unheimlich gefährlich für die Bullen. Alternativszenario. Kurs rutscht hier runter auf diesen Unterstützungsbereich, kann sich dann noch einmal erholen, testet beispielsweise nochmal diese markanten, diese markanten aufwärtsgerichteten Trendlinien und geht dann gleich wieder in die Korrektur über. Würde auch ganz gut passen, wenn wir uns dann diese letzte Abwärtsbewegung anschauen. Ja, mit dem FIBO Retracement, welches wir dann hier anlegen könnten, würde wieder mal sehr, sehr schön passen. Und dementsprechend möchte ich das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. So, jetzt müssen wir aber natürlich sagen, falls diese Dreiecksformation, diese kleine, die wir hier sehen, falls diese nicht hält, beziehungsweise sich nicht bestätigt, beziehungsweise der Kurs hier über diesen Widerstand drüber marschieren kann, oder ja, hinaufmarschieren kann, dann sollte der Kurs noch einmal kräftig in Richtung Noten laufen. Ich habe dann so diese 10.230 Punkte, die habe ich dann ein wenig im Fokus, beziehungsweise finde ich die sehr interessant, denn wir haben hier auf der Oberseite bei ca. 10.070 Punkten und ca. 10.200 Punkten haben wir noch zwei offene Gaps und die würden dann höchstwahrscheinlich im Zuge eines bullischen Durchbruchs hier geschlossen werden. Ja, und dann kann der Kurs ja immer noch in die Korrektur übergehen und hier aus der ganzen Situation bearish ausbrechen. Es hätte ja nichts an der übergurtenden Situation geändert, es hätte nur keine Bestätigung dieser etwas größeren Dreiecksformation gegeben. Der Trendkanal, der Aufwärtsgerichtete, er wäre immer noch weiterhin durchbrochen bearish, seine Kursziele würden immer noch bestehen, also selbst wenn er hier wie gesagt heute über dieses Kieler oder im Laufe der Woche über dieses Kielerwisch steigen sollte, dann keine Panik. Ich denke, diese bearish-Thematik ist noch längst nicht abgeschlossen. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, ich handle ja hier bei ActiveTrades, der aktuelle Future noch für den DAX ist ja dieser Juni oder Juni CFD, der auf dem Future an der Euronax sich beruft bzw. auf dieser basiert, der läuft am 16.06. ab. Aber man kann bereits, man sieht es hier unten, den neuen Future handeln hier, der bis dann September läuft und dementsprechend bietet es sich vielleicht anderen bereits im neuen CFD das Ganze zu handeln und nicht unbedingt jetzt noch diese letzten, was sind es jetzt noch, drei Handelstage in dem alten CFD rumzugucken. Außer man hat noch ältere Positionen, aber auf Basis dieser heutigen möglichen Analyse kann man vielleicht die ein oder andere Entscheidung treffen, das Ganze hier zu schließen. So, in diesem Sinne wünsche ich natürlich einen erfolgreichen Start in den neuen Handelstag, in die neue Handelswoche und verabschiede mich bis zur nächsten Analyse. Tschüss.